So, ihr gebt erstmal den Chaosring an, den Chaosring an, und dann schicke ich euch zu dem Außenpost. Ich brauche noch 150 Nahrung und 100 Stein. Und diese zwei Sachen, die verkaufe ich. Also zwei Stacks Stein, zwei Stacks Nahrung. Diesmal sind sie durch die Paladine durchgekommen. Naja, und mal gucken... Ach nee, halt, das wollte ich ja hier machen. Nach einer gescheiten Rüstung. Und ja, von dort kann ich nichts kaufen. Hm. Also alles, was nicht in den ersten Reihen ist. Oh, außer ich mache es vielleicht so. Hm. Ja, so geht das. Ähm, ja. Wissen. No one can compare with us. So, und hier kaufen wir... Ähm... Also erstmal verkaufen wir die Sachen. Ne, wir wissen es, Schriftrolle können wir kaufen und euch gleich geben. So. Äh, hier brauche ich nichts. Hier brauche ich... Okay, ihr habt keine Nahrung, die ihr uns verkaufen könnt, also kaufen wir euch Steine ab. Yes, my lord. Yes, my lord. Your order is clear. So, damit habe ich wenigstens... Die Steine, die ich brauche. We'll do our best. This works better than I do. Although he is already dead. Looks like the calm days are over. Und ja, es gibt hier leider auch keine Mühle. Es gibt da unten nur die Goldmühle und das war's. Also die können selber nirgends Nahrung herbeziehen. Und die Städte. Das heißt, wir gehen jetzt mal... Unser Labor fertig machen. Und ja, dann haben wir wirklich nur noch das hier in der Wüste. Und den Knoten hier oben. Aber das schaffen wir auch irgendwie. Also ja, ich übernehme einfach wieder die schwarzen Krieger hier. Schicke sie auf die Phantome. Hicke sie auf die Phantome los. Und sobald die Phantome runtergeklopft sind, komme ich mit meinen Elfen... Also sobald meine schwarzen Krieger tot sind und die Phantome runtergeklopft, komme ich mit den Elfen, erledige den Rest. Dann nehme ich mir die Gruft vor und töte da alle Untoten, die noch übrig sind. Und dann haben wir das hier unten auch erledigt. Dann bleibt halt nur noch dieser Bereich hier, aber der ist speziell. Ja? Oh, ich habe Kontakt mit Ihnen. Wir sind die True Masters. Looks like die Calm Days are over. Es ist important not to make a sound. Ich kann starten meine Forschung jetzt. Wir haben die Crystal Piece viele Jahre alt in den Ruinen. Wir haben nicht seitens触ert es. Die Königin hatte Besuch von mehreren Delikationen, die ich mit meiner Forschung beschäftigt war. Ich weiß, was da vor sich geht. Also ja, wieder zum Queen's Court. Erstmal gucken, ob ich neue Aufträge kriege. Nein. Meine Aufträge sagen nichts Neues. Also hier bewegt mich jetzt mal dahin. Es ist over. Und wir gehen zum Queen's Court. Und da kommt gerade der Richtige, glaube ich. Die Künstler ist mit einem Experimenten mit einer Piece, der Crystal, da. Just als wir feared. Ich muss Ihnen sagen, dass solche Experimenten vielleicht auch eine Fatal-Fatal-Fatal-Fatal-Fatal-Fatal-Fatal-Fatal-Fatal-Fatal-Fatal-Fatal-Fatal-Fatal-Fatal-Fatal-Fatal-Fatal-Fatal-Fatal-Fatal-Fatal-Fatal-Fatal-Fatal-Fatal-Fatal. Okay, jetzt sah es wieder einen Moment. Okay. Okay. What do you make of it? I don't trust humans. They don't want to share the power of the Crystal with other races. I thought the same thing. Wie gehen deine Experimente? Ich habe fast zu Ende. Gib mir noch einen Tag. Ich werde ein besonderes Artefakt erzielen und es zur Königin präsentieren. Das sollte ihr Herz gewinnen. Ich schaue für ein besonderes Artefakt in den sotern Sands. Die älteren Kripte sind voll von Schmerzen. Gut, dass wir noch nicht dort waren. Ja, jetzt will ich mich aber erstmal um den Dinger im Norden kümmern. Dann haben wir nämlich alles bis auf das hier und halt das hier. Aber das hier ist wie gesagt was spezielleres. Um das wir uns kümmern müssen. Abgeschlossen. Und ja gut, wie gesagt, mit dem Naturknoten können wir nichts anfangen. Also geht es jetzt erstmal da hoch. Ja, die brauchen halt Holz und Steine haben sie genug und Gold. Die brauchen halt wirklich jetzt in erster Linie Nahrung. Fürs letzte Level. Temperatur aus dem Posten ist halt schon auf Level 6. Deswegen könnte man da Paladine und Kampfmagier und Kopfjäger anheuern, die saumäßig teuer sind. Also im Gegensatz zum Vorgänger ist es in diesem Spiel nicht so leichten Schlagfertiger mehr aufzustellen. Ihr wish is our command. Your order is clear. We'll do our best. Yes, my lord. They won't get away. This works better than I do. We were born to kill. Although he is already dead. The monster and Chantress is here. I'm coming. They will suffer. I'm coming. Their enemy is doomed. We're ready. So. Stark sind sie ja gar nicht. Fall in. It's important not to make a sound. What would you like me to do? No one can compare with us. Eyes right. Looks like the calm days are over. So. Hier sind aber immer noch vier Stück hier drin. As you please. No one can compare with us. Looks like the calm days are over. Yes. As you please. We can do it. Together. Okay. Mmm. Yes. Your order is clear. They won't get away. Looks like the calm days are over. Looks like the calm days are over. Okay. In erster Linie waren das Holz und Steine. Und ein... Your order is clear. Führungspunkte-Banner. Nice. At your service. Yes, my lord. Das heißt, ich könnte mit dem Gold, was ich habe... ...mir noch einen Trupp Hützen hier unten kaufen. Also Meisterbogen schützen, keine Scharf schützen. Yes. I know this place. Your order is clear. So, kann ich den auch... Ja, komm, gebe ich den den... Äh, zur Panzer. I know this place. It's important not to make a sound. Und... I know this place. I know this place. Dann warten wir jetzt noch, bis unsere Truppen von hier oben... No one can compare with us. Verkaufen noch das... Das Holz und die Steine. Und füllen... ...The Jungs wieder auf. Also gehen wir denen gleich mal das. und schicken we are the true masters fallen as you please it's important not to make a sound so yes verkaufen verkaufen nachfüllen it's important not to make a sound aufstellung teilnehmen und dann speichern so speichern das wäre jetzt let's play 12 11 hatten wir also 0 12 speichern und dann sehen wir uns gleich wieder